Dann habe ich gesagt, hast du eine Brand? Sagt er, nein, Brandzeiten gibt es nicht mehr. Sollen wir noch nicht drauf machen. Warte jetzt. Vielleicht kriege ich doch ein bisschen Ätzerns voreinander. Ätzerns. 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 Jetzt habe ich es leid gehabt. Jetzt habe ich es leid gehabt. Ja, was ist, du alte Liesel? Jetzt habe ich es aber schön. Jetzt habe ich es schön erwischt. Ja. Ja, rinnt doch mal weg. Eichel hier. Eichel hier, jetzt rinnt sie sich wieder nicht. Lass dich schon wieder. Hm? Mal spielen holen, Candy, komm. Candy, mal spielen holen. Ich hatte nämlich eine andere Hose an, ich habe gleich alles ausgezogen. Ja, du schaust daraus dann. Ich sage, komm mal runter, ich brauche dich. Was hast du denn wieder gemacht? Ja. Niemals hat er gesagt, nee mit Brandsalbe oder wie früher hat man ja Mehl drauf gestreut. Ja, nein, Mehl habe ich noch nie drauf. Also Mehl, also... Und dann sagt der Brandsalbe... ...